Sehr einfach und schnell, wie man die Nachrichten anderer Leute in einem Telegram liest. Hallo zusammen, liebe Freunde, heute möchte ich mit euch über ein Thema bzw. ein Thema sprechen. Wie das Zählen von Nachrichten anderer Leute oder das Spielen, eigentlich das Lesen von Nachrichten anderer Leute in einem Telegram. Ganz einfach hier, wir reden nicht über das Böse mit euch, wir diskutieren. Lesen Sie die Nachricht, fragen Sie einfach nach Screenshots der Korrespondenz mit einer anderen Person. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie einen Screenshot dieser Korrespondenz machen, können Sie Ihren Bildschirm zeigen. Sie können ihn tatsächlich erneut fotografieren, übrigens können Sie zum Beispiel eine Desktop-Aufzeichnung verwenden. Das heißt, wir sprechen übrigens schon von Profit und wenn es nur zum Lesen ist. Na, lassen Sie sich einfach die Nachricht zeigen, die Sie interessiert. Das heißt, kommen wir menschlich, fragen nur ob wie Sie sagen, wenn das einige Dinge sind, dann willst du ihm folgen. Etwas nach ihm verbrennen, das heißt, oder du tust etwas nicht, oder so lebe ruhig und ehrlich. Vielen Dank fürs Zusehen, bis bald, Lieke.